Weiter geht's mit dem Kodex. Die Hauptreligion der Asari ist der pantheistische Siari-Glaube, was sich ungefähr mit Alles ist Eins übersetzen lässt. Dieser Glaube fußt auf einigen zentralen Leitsätzen. Das Universum selbst ist ein Bewusstsein und jedes Leben darin ist Teil eines größeren Ganzen. Der Tod eines Individuums bedeutet das Zurückfließen der spirituellen Energie in das übergeordnete Bewusstsein des Universums. Siaristen glauben aber nicht unbedingt an die Wiedergeburt, sondern nur daran, dass die im Tod in das Universum zurückfließende spirituelle Energie später einer neuen sterblichen Hülle zugutekommt. Im Prinzip ist das ja sogar gar nicht so falsch, denn... Naja, Atome und so gehen ja auch nicht verloren und Energie sowieso nicht. Die Siari-Religion wurde bekannt und beliebt, als die Asari ihre Heimatwelt verließen und entdeckten, dass sie mit nahezu jeder Lebensform verschmelzen können. Diese Fähigkeit wird als Beweis dafür angesehen, dass alle Lebensformen gleichen Ursprungs sind. Die Siari-Priesterinnen sehen ihre Aufgaben darin, die verstreuten Scherben des universellen Bewusstseins wieder zusammenzubringen. Bevor sich der Siari-Pantheismus weitestgehend durchsetzte, waren die Religionen der Asari so verschiedenartig wie ihre politischen Meinungen. Die stärkste der anderen überlebenden Religionen ist die monotheistische Verehrung der Göttin Atame. Wie die Asari selbst durchläuft diese Gottheit die drei Aspekte von Jungfrau, Matrone und Matriarchin. Salarianer-Biologie. Hatten wir das schon? Das weiß ich gar nicht. Hm. Keine Ahnung. Falls ja, tut's mir leid. Das herausragende Merkmal der Salarianer ist ihr ultraschneller Stoffwechsel, der sie mit nur einer Stunde Schlaf pro Tag auskommen lässt. Oh mein Gott, wie beneidenswert. Ihr Verstand und ihr Körper arbeiten schneller als die der meisten intelligenten Spezies, was sie ruhelos und hyperaktiv wirken lässt. Aufgrund ihres außergewöhnlichen Stoffwechsels werden sie kaum älter als 40 Jahre. Salarianer sind haplodiploide-amphibienwesen, die Eier legen. Aus den unbefruchteten Eiern entstehen die Männchen und aus den befruchteten die Weibchen. Einmal im Jahr legt eine Salarianerin etwa ein Dutzend Eier. Aufgrund eines bestimmten Gesellschaftskodex werden dafür nur die wenigsten befruchtet, was dazu führt, dass 90% aller Salarianer männlich sind. Hm. Salarianer verfügen über ein fotografisches Gedächtnis und vergessen selten etwas. Zusätzlich brennen sich die Namen und Gesichter aller Personen, mit denen sie in ihrer Jugend Kontakt haben, in ihr Gedächtnis ein. Das Ausbrüten ist bei den Salarianern ein feierliches Ritual, bei dem sich die Clan-Dalatrasse, Matriarchin, mit den Eiern zurückzieht. Die jungen Salarianer gehen dabei eine starke psychologische Bindung mit ihr ein und fügen sich zumeist ihrem Willen. Beim Ausbrüten der Töchter sind die Dalatrassen der Clans beider Elternteile anwesend. Dadurch wird die Loyalität der Töchter zu beiden Clans im gleichen Maße gewährleistet und die gewünschte dynastische und politische Einheit gesichert. Salarianer Kultur Die wenigen weiblichen Salarianer leben aus Gründen der Tradition und des Respekts zurückgezogen auf ihren Welten. Die mächtigen weiblichen Dalatrassen sind Dynastieführerinnen und politische Entscheidungsträgerinnen. Sie verhandeln untereinander und bestimmen so die politische Richtung für die Regionen, die sie führen. Männliche Salarianer können wichtige Positionen in Wirtschaft, Bildungswesen und Militär einnehmen, aber sie haben nur selten Einfluss auf die Politik. Aufgrund ihrer Fortpflanzungsmethode pflegen Salarianer keine romantischen Beziehungen. Anders als Menschen folgen sie auch nicht komplizierten biologischen oder gesellschaftlichen Verhaltensmustern. Die Beziehungen zwischen männlichen und den wenigen weiblichen Salarianern gleichen mehr der menschlichen Form der Freundschaft. Sexualität dient bei den Salarianern einzig und allein der Fortpflanzung. Die Entscheidung über die Befruchtung der Eier folgt einem uralten Sozialkodex, wobei festgelegt wird, welchem Clan Töchter geschenkt werden. Der Befruchtung gehen monatelange Verhandlungen zwischen den betroffenen Clans voraus, da hierbei auch Fragen der Politik und der Zukunft der Dynastie eine Rolle spielen. Kein Salarianer würde diesen Kodex jemals brechen. Die Namensgebung bei den Salarianern ist ziemlich kompliziert. Ein vollständiger Name besteht in dieser Reihenfolge aus den Namen von Heimatplanet, Herzogtum, Baronat, Lehn, Familie und schließlich noch dem Rufnamen. Ach du meine Güte. Militärdoktrinen Das salarianische Militär unterscheidet sich im Prinzip nicht sehr von dem der Menschen. Es besteht aus einer kleineren freiwilligen Armee, die sich meist mit Manövern beschäftigt. Was die Salarianer militärisch besonders macht, ist nicht ihre Ausrüstung in der Ehre Militärdoktrinen, sondern vielmehr ihre Aufklärungsoperationen und ihre Kampfweise. Die Salarianer sind davon überzeugt, dass ein Krieg schon vor seinem Ausbruch gewonnen werden muss. Allgemein wird behauptet, die Salarianer wüssten alles über jeden und wahrscheinlich kommt das der Wahrheit recht nahe. Im Kriegsfall nutzen die Salarianer die Überlegenheit ihrer Aufklärungseinheiten, um ihre vergleichsweise geringen Streitkräfte mit maximaler Effektivität einzusetzen. Lange vor dem ersten Feuergefecht wissen sie alles über Positionen, Absichten und Zeitpläne ihres Gegners. In jedem Krieg, in den sie verwickelt waren, haben die Salarianer immer zuerst und ohne Vorwarnung zugeschlagen. Sie verabscheuen die Idee, den Feind einen Angriff planen oder sogar ausführen zu lassen und halten es für selbstmörderisch, den Feind vor ihrem eigenen Angriff zu warnen. Salarianer halten die menschlich-ethischen Prinzipien von Gewalt nur im Verteidigungsfall und dem Erklären eines Krieges vor dem ersten Schlag für unfassbar naiv. Selbst bei Verteidigungskriegen führen sie vernichtende Präventivschläge aus, bevor der Feind selbst angreifen kann. Und vor ihren Angriffskriegen haben sie der Gegenseite noch nie eine Kriegserkehrung zukommen lassen. Biotika spielen im salarianischen Militär praktisch keine Rolle. Wer solche Fähigkeiten hat, gilt als für die Front zu wertvoll und wird daher für Geheim- und Aufklärungsaufgaben eingesetzt. Die Salarianer können sich gegen die meisten Feinde gut verteidigen, sind sich aber dessen bewusst, dass sie nur kleine Fische im Haifischbecken des Universums darstellen. Deshalb sind sie Bündnisse mit mächtigen Partnern eingegangen, vor allem mit den Thorianern. Obwohl der Beginn des Kontakts beider Spezies durch das Fiasko bei der kroganischen Unterstützung getrübt wurde, legen die Salarianer großen Wert darauf, ihre Beziehung zu den mächtigen Thorianern zu pflegen, denn sie bietet ihnen einen effektiven Schutz gegen potenzielle Feinde. Die Regierung Die salarianische Regierung wird salarianische Union genannt. Sie ist ein Labyrinth von matrilinearen Blutlinien, in dem politische Bündnisse durch Eheschließungen gebildet werden. Das salarianische Politiknetzwert gleicht in vielerlei Hinsicht dem der adligen Familien im Mittelalter der Erde. Strukturell setzt sich die Regierung aus Lehen, Baronaten, Herzogtümern, Planeten und Grenzmarken, in Klammern Kolonie-Clustern zusammen. Diese Bezeichnungen sind allerdings lediglich menschliche Hilfskonstruktionen. Die salarianischen Eigennamen sind nicht aussprechbar. Jedes Gebiet wird von einer Dala-Trasse, matriarchalische Anführerin, regiert und hat je nach Größe und Prestige einen ansteigenden Stellenwert innerhalb des politischen Netzwerks der Salarianer. Zum ersten Kreis eines Salarianer-Clans mit etwa 100 Mitgliedern zählen Eltern, Geschwister, Onkel und Tanten und Cousins. Zum nächsten Kreis zählen zum Beispiel entfernte Cousins und so weiter. Dieser Kreis kann leicht über 1000 Mitglieder umfassen. Im vierten oder fünften Kreis beträgt die Anzahl der Clan-Mitglieder einige Millionen. Die größte Loyalität bringen die Salarianer dem ersten Clan-Kreis entgegen. Danach sinkt die Loyalität von Kreis zu Kreis. Aufgrund ihres fotografischen Gedächtnisses können sich Salarianer problemlos sämtliche Mitglieder ihres Clans merken. So, der Salarianer-Orden. Boah, über die Turianer ist auch nochmal viel. Ups, meine Stimme versagt schon. Bevor die Salarianer dem Citadelrat beitraten, galt ein kleines Aufklärungsteam der sogenannte Salarianer-Orden als schlagkräftigste Einheit des salarianischen Militärs. Ihr Aufgabenbereich umfasste vor allem Spionage und Attentate. Diese Gruppe aus maximal 12 Mitgliedern konnte alle feindlichen Sicherheitssysteme überwinden und Gegner lautlos und effizient ausschalten. Nur die höchsten Regierungs- und Militärführer kannten die wahre Identität der Ordensmitglieder, die auch keine offiziellen Uniformen oder Abzeichen trugen. Einziger Beweis ihrer Mitgliedschaft war ein kleines Medaillon als Erkennungszeichen. Das Geheimnis um den Orden wurde bis zur Gründung des Rates gewahrt. Um Gerüchten entgegenzutreten und ihren neuen Partnern den Asari einen Vertrauensbeweis zu liefern, veröffentlichte die Salarianische Union alle geheimen Dokumente über den Orden und sofort geriet er in Gefahr, von den Feinden der Salarianer gejagt zu werden. Um sich dieser dem zu entziehen, tauchte der Orden unter. Zu diesem Zeitpunkt wurde dies von den meisten für Enttäuschungsmanöver gehalten, aber wenige Monate später wurde der gesamte innere Führungszirkel der Salarianer ermordet. Man konnte dem Orden die Tat zwar nicht nachweisen, aber die Umstände sprachen für sich. Der Orden galt nun als Gefahr und die Special Task Group beauftragte eine Spezialeinheit damit, seine Mitglieder zur Strecke zu bringen. Als diese Einheit von ihrem Einsatz jedoch nicht zurückkehrte, wurden zehn der besten STG-Agenten für die Fahndung mit besonderen Vollmachten ausgestattet. Nur zwei von ihnen kehrten Leben zurück. Sie konnten nichts über den Verbleib des Ordens berichten. Da es danach keine weiteren Vorfälle gab, ging man davon aus, der Orden sei vernichtet worden. Allerdings wurden kürzlich Geheimdokumente entdeckt, die darauf hindeuten, dass es ein 13. Mitglied gegeben haben könnte, das dem salarianischen Militär entgangen ist. Okay. Ich glaube, die Special Task Group hatten wir schon. So. Ja, die Thurianer-Biologie. Ja, die Thurianer-Einträge machen wir gerade noch, wenn das meine Stimme noch mitmacht für diese Folge. Die thurianische Heimatwelt Palavin hat einen metallarmen Kern, der nur ein schwaches Magnetfeld erzeugt und außergewöhnlich große Mengen Solarenergie durchlässt. Daher haben die meisten Lebensformen auf Palavin zu ihrem Schutz eine Art Exoskelett mit Metallanteilen ausgebildet. Durch ihre reflektierende Plattenhaut sind die Thurianer zwar gegen langwellige, schwache Strahlung geschützt, verfügen aber nicht über eine natürliche Panzerung. Ihre dicke Haut bietet keinen besonderen Schutz gegen Projektile oder zielgerichtete Energiestrahlen. Die Atmosphäre von Palavin basiert auf Kohlenstoff, Sauerstoff und ungewöhnlicherweise auf rechtsdrehenden Aminosäuren. Damit sind die Thurianer neben den Quarianern die einzige intelligente Spezies, deren biologische Grundlage rechtsdrehende Proteine sind. Die Nahrung der Menschen, Asari oder Salarianer, die sich in Biosphären auf der Basis linksdrehende Aminosäuren entwickelt haben, würde den Thurianern im besten Fall keinen Schaden zufügen, sie aber auch nicht mit Nährstoffen versorgen. Im schlimmsten Fall löst sie allergische Reaktionen aus, die ohne sofortige Behandlung zum Tod führen. Zu der Zeit, als die Salarianer und die Asari den Rat gründeten, befanden sich die Thurianer in einem grausamen Bürgerkrieg. Dieser später als Vereinigungskrieg bekannte Konflikt begann mit Auseinandersetzungen zwischen den Kolonien, die von der thurianischen Heimatwelt Palavin am weitesten entfernt lagen. Diese Kolonien wurden von örtlichen Stammesführern oder Generälen geführt, die sich von der thurianischen Hierarchie losgesagt hatten. Aber ohne den Einfluss der weit entfernten Regierung wurden die Kolonien zunehmend isolierter und xenophober. Die Kolonisten begannen, Embleme oder Gesichtskennzeichnungen zu tragen, um sich von den anderen Kolonien zu unterscheiden. Schon bald brachen offene Feindseligkeiten aus. Als es schließlich zum Krieg kam, weigerte sich die thurianische Hierarchie, für eine der Seitenpartei zu ergreifen. Als nach vielen Jahren harter Kämpfe weniger als ein Dutzend Kriegsparteien übrig war, beschloss die thurianische Regierung zu intervenieren. Mittlerweile waren die Generäle zu schwach, um sich zu wehren. Sie mussten ihre Feindseligkeiten einstellen und sich wieder der Hierarchie unterwerfen. Nach dieser Friedensregelung dauerte es noch einige Jahrzehnte, bis die gegenseitigen Ressentiments der Kolonisten beigelegt waren. Bis zum heutigen Tag tragen die meisten Thurianer noch immer die Gesichtskennzeichnungen ihrer Heimatkolonie. Das erklärt auch, warum das thurianische Wort nacktgesichtig jemanden beschreibt, dem man nicht trauen kann. Der Begriff wird zudem häufig für Politiker gebraucht. Interessant. Kultur. Thurianer sind zwar Individuen mit persönlichen Interessen, aber sie identifizieren sich sehr stark mit der Gemeinschaft und ordnen ihre persönlichen Wünsche dem Gemeinwohl unter. Bei Thurianern gilt das Prinzip der persönlichen Verantwortung, die von anderen Spezies oft zitierte thurianische Ehre. Man muss zu seinen Entscheidungen stehen, zu den Guten wie zu den Schlechten. Als... das sehe ich übrigens auch so... Als größtes Fehlverhalten gilt, eigene Handlungen durch Lügen zu vertuschen. Wenn zum Beispiel ein Thurianer jemanden ermordet, würde er sich zwar nicht freiwillig stellen, aber in einem direkten Verhör würden die meisten die Tat gestehen. Aufgrund ihrer Neigung, sich dem Gemeinwohl unterzuordnen, sind Thurianer eher schlechte Unternehmer. Um das zu kompensieren, kooperieren sie mit den handelstüchtigen Volus, denen sie im Tausch gegen wirtschaftliche Kompetenzen Schutz bieten. Den Mittelpunkt der thurianischen Gesellschaft bildet das Militär. Es ist nicht nur eine Streitmacht, sondern vielmehr eine gesellschaftsübergreifende Organisation. So ist die Militärpolizei auch für zivile Belange zuständig. Thurianische Feuerwehreinheiten kümmern sich sowohl um die Zivilbevölkerung als auch um militärische Einrichtungen. Die technischen Einheiten des Militärs sind verantwortlich für den Bau und die Instandhaltung von Raumhäfen, Schulen, Wasseraufbereitungsanlagen und Kraftwerken. Und die Handelsmarine stellt die Versorgung aller thurianischen Welten mit den benötigten Ressourcen sicher. Militärdoktrin Ihre Truppen sind zwar nicht so brutal wie die Koganer, nicht so geschickt wie die Asari und nicht so anpassungsfähig wie die Menschen, aber die Streitmächte der Thurianer verfügen über herausragende Disziplinen. Thurianische Offiziere und Unteroffiziere sind Berufssoldaten mit vielen Jahren Felderfahrung. Alle Truppenmitglieder erhalten eine solide Ausbildung und bewahren auch unter Beschuss Nerven. Thurianische Einheiten brechen nicht auseinander. Selbst wenn die Front fällt, legen sie beim geordneten Rückzug noch Hinterhalte. Dafür gibt es sogar ein Sprichwort. Thurianer wenden dir erst dann den Rücken zu, wenn sie tot sind. Thurianer werden direkt nach ihrem 15. Geburtstag für ein ganzes Jahr in einem Ausbildungslager kaserniert. Gewöhnliche Soldaten durchlaufen eine einjährige Ausbildung, bevor sie ins Feld geschickt werden. Bei Offizieren kann das auch länger dauern. Die meisten Thurianer leisten bis zum 30. Lebensjahr Militärdienst. Danach werden sie Reservisten. Selbst wenn Thurianer verwundet werden und nicht mehr aktiv kämpfen können, bleiben sie meist bei ihrer Einheit und leisten Frontunterstützung. Bei Biotiken spielen bei den Thurianern keine große Rolle. Die gewöhnlichen Soldaten der Thurianer haben zwar großen Respekt vor biotischen Fähigkeiten, hegen aber auch Misstrauen gegen ihre Anwender. Deshalb werden thurianische Biotika-Spezialteams zugewiesen, die Kabale heißen. Die Kommando- und Kontrollstrukturen sind dezentral und flexibel angelegt. Einzelne Einheiten können Artillerie und Luftunterstützung anfordern. Auf kleineren Missionen kommen häufig Kampfdrohnen zum Einsatz, während die Truppen kombiniert operieren. Die Infanterie arbeitet häufig mit gepanzerten Einheiten und patrouillierenden Kampfschiffen zusammen. Die Kampftaktiken der Thurianer sind wohl überlegt, methodisch und vermeiden große Risiken. Thurianer legen größten Wert auf Tradition. Jede Legion verfügt über einen eigenen Chronisten, der die Details aller Schlachten verzeichnet. Die ältesten Aufzeichnungen datieren zurück bis in die thurianische Eisenzeit. Selbst wenn eine ganze thurianische Legion fällt, wird sie wieder aufgebaut und nicht ersetzt. Aus den eroberten und besiegten Spezies rekrutieren die Thurianer ihre Hilfstruppen. Sie bestehen zumeist aus leichter Infanterie- oder gepanzerten Kavallerie-Einheiten, die den thurianischen Haupttruppen Informationen und Unterstützung liefern. Nach Ende ihrer Dienstzeit in den Hilfstruppen wird den Rekruten die thurianische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Mhm. Ist ja nett. So. Regierung. Oh Gott. Ich guck grad schon auf die Uhr, weil ich hab leider nicht mehr so viel Zeit. Die Religion ist auch noch relativ lang. Na gut. Vielleicht schaffen wir's noch. Die thurianische Regierung wird von einer strikt hierarchischen Elite gebildet. Um möglichen Missbrauch vorzubeugen, kontrolliert sich das System durch die vielen gesellschaftlichen Pflichten. Selbst, die Thurianer schon als Kinder lernen. Bei den Thurianern gibt es 27 verschiedene Bürgerebenen, beginnend mit den Zivilisten, Kooperationsspezies und Kinder. Die erste Phase des Militärdienstes ist die zweite Bürgerebene. Nach der dritten Bürgerebene und den Rekrutentrainingslager erhalten Thurianer die offizielle Staatsbürgerschaft. Angehörige von Kooperationsspezies erreichen diesen Status nach Ende der Militärlaufbahn. Von höher gestellten Bürgern wird erwartet, dass sie Führungs- und Schutzaufgaben für die Gesellschaft übernehmen. Von niedriger gestellten Bürgern wird Gehorsam und Treue erwartet. Die Verleihung der nächsthöheren Bürgerebene ist abhängig von den Einschätzungen der vorgesetzten und gleichrangig gestellten Mitbürger. Bürger können ihr ganzes Leben lang in höheren Ebenen aufsteigen, aber unter Umständen auch auf niedrigere Ebenen zurückgestuft werden. Interessanterweise ist das weniger ein Makel für diejenigen, der degradiert wird, als vielmehr für den, der diesen Bürger auf einer Ebene befördert hat, für die er noch nicht bereit war. Dadurch wird auch verhindert, dass Bürger ohne entsprechende Qualifikationen in eine für sie zu hohe Ebene aufsteigen. Eine Aufgabe oder einen Rang für lange Zeit zu übernehmen, ist bei den Thurianern kein Zeichen für Stagnation. In der thurianischen Gesellschaft gilt kompetente Selbsteinschätzung mehr als persönlicher Ehrgeiz. Schön wäre es, wenn es in unserem Leben auch so wäre. Auf der obersten Stufe der thurianischen Hierarchie stehen die Primarchen, die jeweils eine Kolonie-Cluster anführen. Die Primarchen entscheiden gemeinsam über wichtige Angelegenheiten. Bei alltäglichen Fragen allerdings halten sie sich zurück und vertrauen darauf, dass die Bürger aller Ebenen ihrer Arbeit kompetent ausführen und selbst die richtigen Entscheidungen fällen. Thurianer genießen weitreichende Freiheiten. Solange man seinen Pflichten nachkommt und andere nicht davon abhält, die ihren zu erfüllen, unterliegen sie kaum gesetzlichen Einschränkungen. So gibt es zum Beispiel kein Gesetz gegen den Konsum von Drogen. Kann allerdings jemand aufgrund seines Drogenkonsums seine Pflichten nicht nachkommen, greifen seine Vorgesetzten ein. Die Rechtsprechung agiert nach dem Prinzip der Einmischung. Die Bürger äußern Bedenken und versuchen, den Problembürger an seinem Fehlverhalten zu korrigieren. Wenn diese Rehabilitierungsversuche scheitern, verurteilen die thurianischen Behörden die betreffenden Personen zu jahrelangen Haft- und Arbeitsstrafen. Religion Thurianer haben zwar einen strikten Moralkodex, aber ihr Glaube an die Verantwortlichkeit des Einzelnen bedeutet, dass für sie gut und böse lediglich folgen situationsbedingter individueller Entscheidungen im ethischen Spielraum zwischen Egoismus und Altruismus sind. Sie kennen also keine guten Götter, die ein gutes Verhalten fördern, oder böse Götter, die einen zu Missetaten verleiten. Thurianer glauben, dass Gruppen und Gebiete unter dem Einfluss spiritueller Kräfte stehen, die den Individuen übergeordnet sind. So verleiht diese spirituelle Kraft zum Beispiel eine Militäreinheit Ehrgefühl und Durchsetzungsvermögen. Die spirituelle Kraft einer Stadt wiederum ist die wirtschaftliche Kraft ihrer Industrie und Bewohner. Und die spirituelle Kraft eines alten Baums steht für die Schönheit und Friedfertigkeit der jeweiligen Umgebung. Die spirituellen Kräfte sind weder gut noch böse. Die Thurianer bitten sie nicht um Hilfe oder Fürsprache. Sie glauben nicht daran, dass spirituelle Kräfte die Welt beeinflussen, sondern nur, dass sie die Lebenden inspirieren. Manche Thurianer suchen in Gebeten und Ritualen den Kontakt mit den spirituellen Kräften, um diese Inspiration zu finden. Wenn zum Beispiel ein thurianischer Soldat die Treue zu seiner Einheit beweisen muss, würde er die spirituelle Kraft seiner Einheit anrufen, um sich von ihrer Ehre und ihrem Stolz inspirieren zu lassen. Ein Thurianer, der ein Kunstwerk schaffen möchte, würde versuchen, den Kontakt mit der spirituellen Kraft einer wunderschönen Umgebung aufzunehmen. Das bedeutet, dass es bei den Thurianern absolute Religionsfreiheit gibt, solange die Praktiken eines Individuums niemanden davon abhalten, die eigenen Pflichten wahrzunehmen. Es gibt viele Anhänger der asiarischen, siaristischen Philosophie. Seit dem Beginn der Gespräche mit der Allianz haben sich einige Thurianer auf dem Konfuzianismus und dem Zen-Buddhismus zugewandt. Ja, okay, ihr merkt schon, meine Stimme ist am Ende. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause und in der nächsten Kodex-Folge geht es dann weiter. Ciao.